100 Kalorien. Wie viel ist das eigentlich? Zwei Äpfel, so viel Speck, eine Banane, zwei Fischstäbchen oder ein kleines Glas Wein. Ich glaube, die Dinge sind nicht so klar, wie sie scheinen. Deshalb will ich alles hinterfragen, was wir über Kalorien zu wissen glauben. Fett ist in allem, was wir lieben. Das widerspricht allem, was ich im Medizinstudium gelernt und seitdem gelesen habe. Fett ist nicht generell schädlich. Wir müssen nur darauf achten, dass wir die richtige Menge und die richtigen Arten zu uns nehmen. Ich mach mit. Aber was ist ungesünder? Fett oder Zucker? Wenn man also eine Limo trinkt, verarbeitet der Körper einen Teil und der Rest wird zu Leberfett? Genau. Robert, sollen wir uns mit Donuts eindecken? Wir reden später darüber.